Der FC Bayern München wird offenbar mit Sven Ulreich als neue Nummer 1 im Tor in die neue Saison gehen. Das berichtet die BILD. Eine entsprechende Entscheidung sei von der Taskforce-Kaderplanung gefällt worden, wie auch die Münchner TZ bestätigte. Zuvor gestaltete sich die Suche nach einem Ersatz für den verletzten Manuel Neuer kompliziert. Kepa, der als Wunschkandidat galt, wechselte zu Real Madrid. Nun soll zunächst nach einem Ersatzmann für Sven Ulreich gesucht werden, wie die BILD weiter berichtet. Wie Sky am Mittwochvormittag berichtete, bemühten sich die Münchner intensiv um Stefan Ortega von Manchester City. Trainer Thomas Tuchel soll bereits persönlich mit dem Ersatz-Torhüter des Champions-League-Siegers telefoniert haben. City-Trainer Pep Guardiola betonte jedoch bereits, dass der Verein Ortega unter keinen Umständen verkaufen wolle. Stand jetzt sitzt mit Tom Rizzi-Hülsmann der Torhüter der U23 hinter Ulreich auf der Bayernbank. Ersatzmann der Torhüter der U23 hinter Ulreich und Dr. Kepa, der als Wunschkandidat getauscht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.